Yo, 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 meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Cengiz44TV. Ja, Arafat ist in einem Gespräch mit Sadiq und schießt dort gegen Mois und kritisiert ihn hart und relativiert das, was Asche so gemacht hat. Das hier ist die zweite Aufnahme, der zweite Take. Ich habe es geschafft, beim ersten Mal ohne Ton aufzunehmen, deswegen jetzt das Ganze nochmal. Äh, kurz zusammengefasst, Arafat, äh, relativiert halt, wie gesagt, das, was Asche gemacht hat. Er findet das Ganze nicht so schlimm, er sagt, Rapper sind doch sowieso alle fake. So, äh, ich sehe das ein bisschen anders. Äh, zum Thema Mois, da können wir sagen, okay, ähm, er sagt hier, warum, warum haben die nicht privat miteinander gesprochen? Aber, wisst ihr was, wir gehen erstmal in das Video rein und ich sage danach ein paar Sachen dazu, ja? Wir gehen erstmal in das Video rein. Bei den Festiger, Stärkter, wenn du zum Gebet gehst, ich will dir nur was erklären. Äh, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, glauben, 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 könnt ihr in die Kirche. Wo ist Gott? Wo siehst du deine Gedanken? Siehst du deine Liebe? Siehst du auch nicht. Das ist ein Glauben, ein Gefühl. Jetzt, wie dieser Typ, wie der auch immer heißt, der ist jetzt, ähm, halb Jude und halb Pole. Du musst dir vorstellen, gerade in einem Rap-Business, brauchen wir uns nicht anlügen, wenn er jetzt ankommt und sagt, ich bin Jude, ist er schon fast unten durch. Stimmt's? Kriegen wir Tacheles. Doch, ist er unten durch. Warum nicht? Ja, ich weiß, ich weiß, worauf ihr Arafat hinaus will, aber meiner Meinung nach, ehrlich, drauf geschissen. So, auch wenn er, auch wenn es dann schwerer ist für ihn, äh, aufgrund seiner Herkunft, dann muss er halt doppelt so hart kämpfen. So, also ich, äh, verstehe das nicht. Nur weil einer, ne, wenn, wenn du, Alter, ey, wenn du eine krumme Nase hast, wenn du schielst, wenn du dick bist, wenn du ein Farbiger bist, wenn du keine Ahnung was bist, wenn es aufgrund von irgendwelchen Sachen dazu führt, dass du es schwerer hast, dann ist es halt so. Dann kämpf doppelt so hart. So, das ist meine Meinung dazu, ja. Ja, und ganz ehrlich, mein Kanal, mein, das, was ich mache, das würde auch besser laufen, wenn ich, äh, wenn ich aussehen würde, äh, wie, wie, wie ein krasser Bodybuilder oder so. So, ist so. Ja, trotzdem, muss man Gas geben, Alter. Dann musst du halt jeden Tag Videos raushauen, zwei, drei Videos raushauen. Du musst halt doppelt so hart arbeiten. Irgendwann wirst du akzeptiert. Irgendwann kriegst du dein Standing. So, und, äh, das ist für mich kein legitimer Grund, einfach vorzutäuschen, was man ist. Natürlich muss man hier an dieser Stelle erstmal warten. Äh, er hat sich selber dazu noch nicht geäußert. Wir werden sehen, was er dazu sagt, ne? Also Asche jetzt. Es kann sein, dass es für diese ganzen Sachen plausible Erklärungen gibt. Er war Flüchtling, hatte keinen Pass, über Polen ist einfacher, dies, das. Ey, meine Mutter ist auch am 01.01. geboren, obwohl die eigentlich, ne, nicht am 01.01. geboren ist, aber laut Ausweis halt schon. So, und es gibt solche Sachen, ne? Aber wir werden sehen, was sich da noch ergibt. Äh, wenn es aber der Wahrheit entspricht, dass das Ganze fake ist, dann bin ich hier wirklich außen vor. So, dann finde ich das nicht okay. So, wir spulen hier nochmal kurz an der Stelle vor, wo er über Mois redet. Das ist die Person. Und der verkörpert sich wirklich drinnen. Wenn ich hier erzähle von manchen Rappern, was sie gerne sein wollen, ja? Nein, der hat diesen, hier, hier oben hat er das gelebt, geträumt. Aber, du redest, wie viele Leute haben wir, und einen Namen verkörpert, und, nein, verkörpert das der Islam, das wir klauen, scheiße. Dann stehe ich so da, ja, guck mal, der Prophet, alles ist da, und der und der sagt, aber Jesus sagt, ja, und so geht das nicht. Deswegen, und jetzt hatten alle rum, und jeder, der jetzt gekommen ist, hat ein großes Steak mit, ich hab nur so bei Handel, und ja, der hat den und den fertig. Ich sag, Mann, es geht doch hier nur um Fergisch machen, wenn ich mit jemandem verkehre, wie mit dir, ich hab ihn dir aus dem Teller gegessen, stimmt's? Ja. Du hast sehr, sehr viele gute Seiten an dir, vielleicht hast du auch ein paar schlechte Seiten. Jetzt höre ich irgendwo im Interview, du bist auf einmal kein Afghani mehr, sondern Rumäne. Ja. Ach, dann komm ich. Ich hätte wie dich im Netz, um irgendwie Aufmerksamkeit zu machen. Warum rufe ich dich an und sag, sag mal, warum hast du das eigentlich getan? Einfach mal. Das ist auf jeden Fall eine legitime Frage. Warum klärt man das nicht zuerst untereinander? Ist es der verletzte Stolz, dass man keine Dankbarkeit bekommen hat, dass man deswegen das öffentlich macht, anstatt untereinander, dass man redet? Wenn ja, dann ist das wirklich kein schöner Move. Vor allen Dingen ist es kein schöner Move von jemandem, der jetzt sagt, er ist jetzt Helal geworden, er macht jetzt moralisch, er hat jetzt einen anderen moralischen Maßstab für sich und für seinen Content. Er redet nicht mehr so und so, weißt du? Er zeigt ja jetzt, ich rede jetzt von Mois, er zeigt ja jetzt, dass er ein besserer Mensch geworden ist. Weil Familie, dies, das, ne? Tralala. So. Guck mal, ich hab diese Ansprüche nicht an mich. Ich spring, ich mach hier nicht ein mit der Moralkeule und zeig auf andere Leute. Aber wenn du von dir sagst, dass du diesen Anspruch hast, dann verhalte ich auch dementsprechend. Das ist genau dasselbe wie mit Dingens, wie mit Religion. Guck mal, die Leute denken, ich hab keine Ahnung von Religion oder ich hab, ich bin, vielleicht denkt der eine oder andere sogar, ich bin kein Moslem oder keine Ahnung was, ne? Guck mal, der Bruder Mazdaq, der hatte Probleme mit so übernatürlichen Faxen bei sich zu Hause, dies, das. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Und wir haben darüber geschrieben ein bisschen und ich hab ihm dann gesagt, guck mal, Sura Al-Bakaraf und so, lass das laufen bei dir zu Hause und so. Das vertreibt solche Sachen und so weiter. Und dann sind so manche Leute baff gewesen, so von wegen, hä? Wie war, also, woher, äh, das passt gar nicht zu dem, wie kommt der auch sowas, ne? Dies und das. Guck mal, bei mir ist so, ich rede nicht über Religion und, äh, bring das nicht nach außen, weil ich meiner Meinung nach einfach kein so guter Mensch bin, ja? Ich lebe das nicht so, wie man es leben sollte, ich mache viele Fehler, ich mache viel falsch. Und deswegen ist Religion für mich ein Thema, ich nehme das nicht in den Mund, öffentlich und mache daraus keinen Film, weil ich vieles besser machen könnte. Und ich will mich selber nicht zum Heuchler machen, ja? Aber wenn Leute an sich selber öffentlich den Anspruch haben, ein guter Mensch zu sein und das so nach außen bringen und verkörpern wollen, dann musst du auch abliefern. Wenn du das nicht kannst, dann mach wie ich, dann sag, du bist, du bist kein guter Mensch, stell dich aus, so, dann mach einfach, wie du willst, so, ja? Ja, aber, ähm, sag nicht das eine und mach das andere, ne? Das ist halt schwierig, sehr schwierig. Von ihm, von seiner Seite, vielleicht kann er es mir erklären, sagen, ey, ich war nicht akzeptiert, weil ich Polo und Jude bin, das und das, vielleicht hat man auch menschliches Verständnis, nein. Nein, aber das wird nicht von seiner Seite kommen, also ich kenne ihn. Nochmal, du verstehst nicht, was ich dir sage, von seiner Seite interessiert, warum kommt das nicht von der Seite, der mit ihm gechillt hat, ey, Asche, du hast das und das gesagt, warum nicht so und so? Nein, gleich wird jemand dich im Netz. Warum? Ich brauche neue Klicks, neue Dies, mehr merkst du nicht, die Leute, und ist mir auch scheißegal, wer hier angesprochen wird, ja? Ja, ich sag's mal, ne, er meint Mois, ganz klar. Wirklich, früher waren die Leute noch sympathisch, ja? Wirklich, jetzt, ungelogen. Ich hab, fand ich, gewisse Leute sind sympathisch, jetzt hantieren sie nur noch mit ihren Uhren, hatten vor zwei Jahren nicht mal was zu essen, ja? Und wollen mit ihren Klamotten extra so stehen mit Klamotten, ja, wow, voll was? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Weirder Flex, Alter. Ne, mir hat man, mir hat man gesagt, ich hätte nix, dies, das, hab mich provoziert gefühlt dadurch, hab ein bisschen mit ein paar Scheinen gewedelt, hab den Shitstorm meines Lebens kassiert. Andere Leute, wie er sagt, hatten vor ein paar Jahren nicht mal was zu essen, äh, posen jetzt mit Uhren, dies, das, fahren aber gleichzeitig diesen Moral-Apostel-Film, ne? Und, äh, keine Ahnung, Alter, tragen 200.000 Euro Uhren am Handgelenk. Äh, das ist wirklich, oder machen dann Stream bei Farfetch, wie sie für 10.000 Euro einkaufen. Das sind auf jeden Fall Widersprüche, ne? Da passen Sachen nicht zusammen, so, äh, was diesen Flex dann angeht. So, man kann's auch ein bisschen runterschrauben. Äh, äh, ja, der eine wird sagen, es ist der Neid der Besitzlosen, aber, wie gesagt, auch wieder, man legt sich selber das auf, moralisch korrekt zu sein und macht dann so moralisch so verwerfliche Sachen. Ich sage nur, leg es dir nicht selber auf, ne? Er legt dir diese, mach das nicht und dann ist okay, wenn du fleckst und so. Weil du hast ja nicht gesagt, du bist jetzt hier, äh, keine Ahnung, so ein neuer Supermensch, weißt du? Das ist halt, ja. Wenn diese Fans nur ein bisschen schlau sind, die würden ihn entfolgen, weil er hat, er ist nicht mehr das, was er mal war. Weißt du, erst mal hol dir in den Spiegel und guck. Ja, das ist auch die Sache, ne? Mit Beef nach oben gekommen, jetzt hat man den Luxus, dass man sagen kann, man kann machen, was man will, distanziert sich von dem Beef. Aber, ey, der Weg nach oben, der war auf jeden Fall geflastert mit, äh, ganz viel Beef. Jeder hantiert und gibt an, ich bin dies, ich bin das, oder ihr sagt, ihr sagt gleich, was ihr sagt. Ja, aber, und dann hinten rum immer nur die Titel von, aber Bruder, warum machst du das, aber? Sag mal, du bist doch, du bist doch im Netz vertreten. Ach, keiner darf deine Meinung sagen. Keiner, keiner traut sich irgendwelche Lügen aufzudecken, weil, ich will ja nicht mit denen Ärger haben, oder ich will nicht mit denen Ärger haben. Man, dann sollen sie sich verpissen. Bravo, bravo, bravo Arafat, bravo. So was gibt es hier auf diesem Channel nicht. Wir sagen gegen jeden was, wo wir wollen. Ganz einfache Sache, ne? Und, äh, so einfach ist die Kiste. Ja, mehr kommt auch nicht. Wie gesagt, ich hatte es ja schon gesehen. Äh, das ist hier der Take 2 gewesen, weil ich beim ersten Mal ohne Ton aufgenommen habe. Leute, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert mich auf Instagram, ja? Folgt mir auf Instagram. Abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Und lasst uns mal in den Kommentaren bitte ein bisschen drüber reden, wie ihr das Ganze so findet. Äh, die Sache mit Asche, die Sache mit Mois. Was haltet ihr von der Kritik von Arafat an Mois? Ist diese Kritik berechtigt? Meiner Meinung nach, ja. Man kann auf jeden Fall, äh, darüber reden, ne? Wie gesagt, auch, äh, ich betone das hier nochmal. Ich sehe das nur so, weil man sich selber diesen moralischen Maßstab auferlegt. Und wenn man das macht, dann muss man sich auch dran halten. Wenn nicht, dann, pscht. Ganz einfach. So. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Haut rein, ich bin raus. Peace.